Was ist das Begehren nach Politik? Ein Raum, der dann auch andere Frauen und Männer anzieht, auf freie Art und Weise. Es gehört immer zur Politik dazu, dass sie Praktiken erfindet, sie ist, sagen wir mal, nicht chaotisch. Die Politik kann feste Formen annehmen, die dann ansteckend wirken, in bestimmten Situationen, auf andere Frauen und auch auf Männer. Es ist eine Möglichkeit, Räume zu gestalten, deren Kraft allerdings vom Begehren der Beteiligten herrührt. Die Stärke, die diese Art von Politik, wie ich sie mir wünsche, ausmacht, kommt daher, dass sie aus einer Bewegung des Begehrens und der Öffnung entsteht. Und daher, dass sie es auch akzeptieren kann, wenn einige ihrer Ausformungen wieder zu Ende gehen. Das heißt, sie muss nicht nach einer festen Organisation streben. Immer wenn es das Begehren nach Politik gibt, befindet sich die Politik in einem Austausch und in einer Beziehung mit der Existenz und der Bewegung des Existierenden selbst. Und deshalb ist diese Art des Begehrens nach Politik etwas ganz anderes als eine Politik, die Angst hat, zu sterben, und die daher immer danach strebt, feste Formen auszubilden, eben aus dieser Angst vor ihrem Ende heraus. Wenn du aber diese Angst vor dem Zu-Ende-Gehen als Element verstehst, das zur Bewegung der Politik selbst dazugehört, dann kannst du Neues erfinden, dich öffnen und akzeptieren, dass Dinge auch wieder absterben. Dann brauchst du keine Institutionen, die bestimmte Formen auf immer dieselbe Weise wiederholen. Wenn du das Begehren nach Politik einmal gespürt hast, dann kann es zwar auch Momente in deinem Leben geben, in denen es abnimmt, aber trotzdem kennst du es. Du kannst es in anderen wiederfinden, wenn es bei dir mal weniger stark ist. Du kannst dich ihnen zum Beispiel anschließen, wenn das Begehren nach Politik bei dir einmal nicht so groß ist. Es ist in gewisser Weise wie ein Sauerteig, der meiner Meinung nach das Leben schön macht. Weil es etwas ist, das in der Gemeinschaft wächst und fließend ist. Ja klar, es gibt momentan sehr viele Momente in Europa, wo ich dieses Begehren nach Politik sehr stark spüre. Zum Beispiel in Spanien, wo man ja klar sehen konnte, dass die jungen Frauen und Männer auf die Straße gegangen sind und die Plaza del Sol in Madrid besetzt haben, weil sie ein Begehren nach Politik hatten, das nicht aus einem bestimmten Anliegen heraus entstanden ist. Es gibt in solchen Situationen keinen direkten Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Diese Art von Politik entsteht aus einem Begehren heraus, das nicht von einer Notwendigkeit bestimmt ist. Es entsteht als spontanes Ereignis, das aber dann bestimmte Formen annimmt. Das war ganz klar in Spanien so, aber auch in Italien in den Initiativen gegen die Privatisierung des Wassers und gegen Atomenergie. Diese Formen der Öffnung von Politik entstehen spontan, finden dann aber die für sich geeigneten und in gewisser Weise charakteristischen Formen. Vor allem darf man sie nicht im Sinne einer Logik der Macht interpretieren. Das ist das Erste. Man muss sie als authentische Bewegung lesen und nicht zum Beispiel in der Logik einer revolutionären Strategie. Wenn du sie als revolutionäre Strategie verstehst, führst du sie sofort auf ein Verhältnis von Mittel und Zweck zurück, wonach Ziele erreicht werden sollen, die schon vorgegeben sind. Aber in solchen Situationen entstehen politische Aktionen aus einem Begehren heraus und nicht, um bestimmte Ziele zu erreichen. Wenn du sie als instrumentelle Mittel zum Zweck verstehst, hast du sie schon der Logik der Macht einverleibt und erkennst in ihnen nicht diese Authentizität. Vor allem, wenn du selbst ein Teil davon bist, und ich verstehe mich als Teil einer Bewegung, musst du einen Weg finden, um mit dieser Angst vor dem Ende fertig zu werden. Du musst akzeptieren, wenn etwas zu Ende geht, aber daraus wird sich ja wieder etwas anderes eröffnen. Denn in dieser Hinsicht hat die Macht einfach die besseren Karten. Macht entsteht aus dem Wunsch heraus, das, was man liebt, nicht sterben zu lassen. Und darin ist die Macht viel besser. Wenn du dich an die Macht anlehnst, dann deshalb, weil du nicht sterben lassen willst, was du liebst, obwohl es schon zu Ende geht.